Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Ach, der alte Wattwurm! Er hat sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Vater, siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit tausend Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Wie ich auf jeden Fall gehauen? Die Getümer! Komm, schnell. Hast du Hunger? Und wie ist dein Plan, Kumpel? Der Waffe finden und ein Schiff stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos... Venga pues! No me gusta la pinta de la pinta de la pinta de la pinta de la pinta. No me gusta la pinta de la pinta de la pinta. No me gusta la pinta de la pinta. No te dejaremos escapar! No me gusta la pinta. Was ist das? Die Sache hat einen Hafen und du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Die Sache hat einen Rund an. Die Runde ist auf der Runde zu den Bermutas. Oro, Brot, Hades, Tabaccio, was es. Und was Wasser? Oder was es? Das ist mehr mein Körper als die Runde des Runders. Das war's. Das war's. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Na los, Leute. Na los, Leute. Na los, Leute. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Na los, Leute. 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 Los cogeos! Sie sind muertos! Los! Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alle an Bord, Leute! Singen könnt ihr bei eurem Begräbnis, ihr Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest, ein Teil zum Falkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. Lass doch diese Galleonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Lass es keine... Befehl, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Längterfeuert! Verdammt, bist du verrückt, Kipp? Vorsicht, Mann! Ich stehe, Sie. Haltet euch fest! Achtung, Käpt'n, die Feuerwehr rüttet. Feindliches Feuer! Achtung! Bereit machten den Hauptjagd! Ober! Wasserhose! Und fahr dieses Ding! Wasserhose, ausweichen! Das sieht nicht gut aus! Kurs, meine alten Mann! Sieh, ein Hirbeldienst, Herr! Konzentrier dich auf den Ruderkämpfen! Auf Zeit für deine sichere Taktik! Auf ein Treffer und wir senken! Stopp! Passt auf diese Galleonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen! Keine Angst! Zu langsam für das Wetter! Feindliches Feuer! Befühl, was dir sinnvoll erscheint, Mann! Wir sitzen in der Klemme hier! Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim! Feindliches Feuer! Feindliches Feuer! Vorsicht, Mann! Ich sehe es hier! Achtung! Einschlag! Macht euch bereit! Wasserhose! Und fahr dieses Ding! Lass die Hose ausweichen! Das sieht nicht gut aus! Kurs beibehalten, Mann! Sieh nur, Captain! Die See erhebt dich! Die Monster werden von Wackbord! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind sicher nah am Ziel! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir leben! Soll ich keine aus, Herrgott! Mein Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen! Ich bin Edward! Hab vielen Dank für deine Hilfe! Adewale! Hast du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht! Mein Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie! Alle Mann nach achtern! Wir nehmen die Gute mit heim! Nachbar, 2, 10, 3, 4! Nachbar, 4! Ich habe noch mal! Ich bin aus, 4! Nachbar, 4! Durch das auch! Nicht gut! Nachbar, 4! Nachbar! Nachbar, 5! Nachbar, 7! Nachbar, 3! Nachbar, 4!